So, ich guck die Lelis in den Teufel. So, mal sehen, was es Schönes gibt. Was ist das? Das ist ein ganz bisschen. Oh, ein afrikanisches Gericht? Ja. Oh, ich würde da gerne essen, aber ich möchte abnehmen. No big. No big. So, jetzt habe ich hier einen Löffel, den habe ich heute verbogen, heute Morgen am Strand. So, und jetzt will ich mal kosten, mal sehen, ob ich den wieder gerade kriege zum Kosten. Hoffentlich bricht der mir nicht ab. So, darf ich mal probieren? Mal sehen. Ja. Oh, danke schön. Ja, danke. Oh mein Gott. Oh. Halt. Hm, so hart. Es ist noch hart. Noch hart, noch hart. Von mir noch. Noch hart. Ah. Das ist es. Also das schmeckt. Das ist gut. Es ist gut. Hm? Es ist gut. Ja. Wunderbar. Und du kommst von Afrika. Von Mombasa oder Malindi oder? Von Mombasa. Und du? Mombasa. Oh, das sieht ja richtig gut aus. Boah. One eating. One hour. It's very. One eating. One eating. Ja. In eine Stunde. Ja. One hour. Oh. Tja, ich hab den Lidys in den Topf geguckt. Ich bin so neugierig geworden. Aber, wenn man ein bisschen freck ist, hat man immer Erfolg. Und wer diese Kräfte hat, die ich hab, ja, da kann keiner widerstehen. Und die Lidys schon gar nicht. Euer Klaus. Ich hab den Lidys in den Topf geguckt.